Da sind wir auch wieder bei der neuen Folge Fortnite, mit dem Weihnachtsevent, was weitergeht Marcel ist natürlich wieder dabei So Jetzt spinne ich weg Spinne ich weg Oh man, ich bin gerade kaputt Herr, vergib dich auf die Suche Das Blue Glow hat das Feuer genehrt Oh 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 Oh, ich habe meine Halloween-Waffe, meine Halloween-Waffe, kann ich schon wollen Die Sturme würden besagen, dass es gleich noch viel schlimmer wird Ich habe meine Halloween-Waffe, meine Halloween-Waffe Oh 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 Das ist ein Schuss. Höhlen wollen den Heizbrenner zerstören. Wir brauchen mehr Blue Glo für den Heizbrenner. Zurecht! Zurecht mit dem Heizbrenner zerstören. Geht um der Blue Glo für den Heizbrenner. Zurecht mit dem Heizbrenner. Zurecht mit dem Heizbrenner. Wir wollen die Blue Glo für den Heizbrenner. Halt die Augen nach einer neuen Vorreinslieferung auf. Wir brauchen Blue Glow, der Heizbrenner kühlt schon ab. 33 Minuten ist einmal schon geschafft. Wie weit hast du gesagt, dass wir es schaffen? 45 Minuten, oder? Wen ist irgendwo wie lange das... Achso, da ja. Ja, rechts, da gerade. Das ist wahrscheinlich auch eine Stockuhr. Achso. Das wollte ich nicht verschillen müssen. Kann sein, dass sie irgendwie Shotguns auf der Karte verschenken? Du bist ja nicht rum. Ich hab schon zweimal die gleiche Shotgun. Die ist echt Stärke, okay. Also beschweren kann man sich da ja weder. Das ist wahr. Ähm... Obersthüt... Ja, Hydra, oder Superschredder. Äh... Superschredder hab ich ja. Sagen wir nachdem, was mir Schaden macht. Ähm... Also Pro... Äh... Schaden wir nach Sekunde, oder? Oder 3, weil ich wofür auch besser ist. Okay. Dann gehe ich das so durchschredder. Ja... 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 Ich glaube bei der Welle, wo sie von hier kamen, sind sie bei 124 gescheitert. Oiiiilll.... Nein... Uff, wann anders so eine kommt, ja... Ja... Ist doch keiner. Das hier verliere ich! Das hier verliere ich! Ich hab schon einmal gewacht, ja ich glaube Wir müssen Schwerwunde fahren, weil es so schießt Die Füllen greifen den Heißbrenner an! Das Blue Glow hat den Heißbrenner wieder zum Lohn angebracht und die Reparatursequenz gestartet Kommandant, hier ist die Route zu einer Vorratslieferung in der Nähe Wir haben es überlebt Auch wenn wir es gerade nicht ganz leicht überlebt haben, weil wir uns überlebt Und ich habe auf jeden Fall keine Ressourcen mehr, bis außer Stein Nicht auch Die Blue Glow Vorräte gehen zur Neige! Wir müssen mehr besorgen! Wir haben noch zwei Blue Glow Es gibt halt überall fast die Waffe rum Die war die Stärkere, die ich kennen, die über 5K, nicht die aus mir Wir müssen wieder viel passieren, aber im Stärkere nachgezogen Ich werde das mit einem Schrauben deraelge gut durchgeführt werden Und dann ist das mit einem Schrauben der Lücken die du nicht brauchst? Uhhhhhhhhh Ja, füllst du Stück Kann ich dir bitte? Ja, hier liegen so Äh, woher? Hier, rechts von dir Ja Sind die Versprungen? Definitiv wütend! Pass auf! Oh ne Ich will mal kurz auf die andere Seite Und so Wer soll denn vielleicht die förmste Scheune abreißen? Das ist meine Scheune Die Scheune die Scheune Ja Krabbenposten kommst ja nicht weit Aber Schrank Boah Hey Früher hatten wir immer Das Haus mitgenommen Und da war es immer Wir haben unsere Basis gebaut Ja, das ist mal Oh Ach, hallo mein Scheiße Uff Gibt's ne Weizen? Ich hab keinen Blüten zu mir auch Ich hab nur noch eins Ja Ja Aber ich nehm ich jetzt mal doch die andere Winterhälse Weil die selber auf ein höheres Level schon Als hier Ja Und vor allem die Elektro-Türme Die machen dafür Und wenn wir sie nur noch eine Hälse reinstellen Und das wird doch Ja Ja Das trägt gar nicht Schräg im Rahmen Soll ich halt Ja Hä? Gibt's da auch nicht Ja 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 Gibt's da auch nicht Ich glaub das es irgendwann das Ende ist Ich glaub das es irgendwann das Ende ist Weil es kein Blüten mehr auf der Karte gibt Und da dann das Ende sein sollte Und da dann das Ende sein sollte Säuberwerfer Du hast alle Vorräte verbraucht Du hast alle Vorräte verbraucht Ich kann ja gut sich doch jetzt mal Gibt's schon drei Blüten? Klops Ja Ja es haben wir Glu-Glu Super Aber was ist wenn es keinen Glu-Glu mehr gibt auf der Karte? Das ist eine gute Frage Heißt irgendwann wird's sowieso nicht mehr geben Weil es keinen Glu-Glu mehr gibt Ja ich glaub das spawns immer neu Na ja hast du schon mal ein neues Blüten gesehen? Hm? Da oben rechts ist mal was Echt ok Ach mach doch mal selber auf Ach scheiß auf das Haus abbauen Ich muss das mal hier fallen Ja ok Und wo kommt die? Kommt von hier Ok Hier unten da wollte ich keinen Simling Scheiße Äh Wie viel Boden Na ok Unfall nämlich ist ja nicht so viel Joll Die Sturmmessungen besagen Dass es gleich noch viel schlimmer wird Ach das sieht ja noch nie Ja Puh Ja Mh Nope Ja Die Sturmmel Jauh Welcher Flügel hat das Feuer geliebt? Scheiß Flügel... Das Bluglo hat den Heizbrenner wieder zum Lodern gebracht und auf jeder Paratursequenz gestartet. Der Ende noch nicht weiter. Das ist eine Gruppe, wir hatten nicht zu schnell. Alter! Schüsse, Schüppschel, wo ist das? Ja, natürlich, du Scheißkrieg. Wir brauchen den Teddy von der Weihnachtskante immer zu starten, meine Fresse. Das ist ja hundert. Bis der sich gedreht hat, ey, ist ja Weihnachten. Ja, ohne Witz, das ist so Damsandet, das Ding ist doch nicht feierlich. Mit dem Bluglo sollte es schön heiß bleiben. Mord an dir. Ah, dann brauchst du ja 3 Tage. Ja, das ist ja fest bis Weihnachten. Suche nach Bluglo, du hast keins mehr. Ich hab keins mehr, echt, super. Ja, jetzt brauchen wir eins. Äh, was hab ich denn für... Scheiß. Okay, ich werd die Waffe anstatt... Scheißes. Ja, hab wir eins. Okay, die macht mehr, ich denke, sie muss sich dafür setzen. Wir beide schauen nicht. Ich merkter, wie wir wachsen jetzt doch. Ich versuch grad hier das Dings abzubauen, die Schleine Aber ich hab kein Metall mehr um das Ding hier weiter einzubauen, wunderbar Ja, nicht Oh, ein Dampfspringer Oh Ich hole einen Teamkameraden raus Jetzt schon? Ernsthaft? Mhm Okay, vermutlich wird jetzt die letzte Unterzeit, wo wir hier Wurde ich, wenn wir das nicht wieder gehen Wir brauchen mehr Blutloch für der Heizbrenner Wir brauchen mehr Blutloch für den Heizbrenner Blutloch rein Wir schicken dir mehr Blutloch Sorge dafür, dass der Heizbrenner gut brennt, um den Sturm klar zu halten Das ist aber, wir haben keinen Ah Boah Nein Ach echt, tun sie das, ja Das ist gut, 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 gut Das ist doch schön Ja, okay Nein Wir brauchen mehr Blutloch für den Heizbrenner Ja 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 6 8 9 9 5 5 7 5 10 1 2 3 2 3 1 Wir haben noch den Malachit, wenn du brauchst. Aktuell nicht, wenn wir hier sind. So, er ist nicht herstellt, warum nicht mehr fehlt Schwager. Ob sie die Hand finden, ja, wo wir schon können. So, Schrott finden da. Na, Sturm, Rückbier nach. Ich hab nichts mehr herstellt, keine Mutti mehr. Ich hab ein bisschen keine Materialien oder was. Ja, das ist auf jeden Fall das Ende. Vielleicht schon noch eine Runde. Na, guck mal, der Heizbrenner. Ah, guck mal, wie weit der Stromschutz zu ist, wa? Hm. Vielleicht, das ist noch die letzte Runde. Aber wie gesagt, wir haben das kaum einbauen können. Der ist fast am Ende, weil wir kein Bludo haben. Also, ich würd's sagen, ich vermute mal, dass das das Ende ist. Wie schnell das grad kommt. Die beiden, okay. Ich bin verliebt, ne? Na, verliebt 3000 draußen. Na, vielleicht schon besser. Ich hab halt überhaupt kein Bludos. Bludos ist da hinten halt. Lösch ... Ja, das ist ganz schön. Uhhh. Ich bin nachher, wir verschwinden können. Wut, ich bin schmerzt. Boah, du joh. Ich bin auch schon fast Level 100, ne? Ja, ich seh's. Könnte aber leider nur 5, 2 Instruktion auf dem Herd. Alter, Tüch, der macht direkt alles. Ja, das war's. Ach, haben wir's geschafft? Nee, verloren. Weil er war Gold verbindet. Was soll ich hier machen? Äh, Marcel? Ja, Marcel? Wie kann es sein, dass du überhaupt keinen... Na, es ist ja kein Wunder, dass du so eine Schwierigkeit hast, die du schon gemacht hast. Was war da los? Ja, sie ist selber nicht. Ja. Ich wollte gerade eine Mauer bauen und wir sind jetzt hinterher zu dem Hintergrund. Und wenn die Kamera sich hier und her bewegt, bewegst du das immer gut. Wie gut, will ich auf jeden Fall meine Helden sehen noch. Ja, der dumme Hände mit 3er Kiste ist natürlich nicht so geil, aber egal. Ja, 3,65 Dings-Tickets, okay. Können wir auf jeden Fall den Lama öffnen. Geschütz-Wache-Krammbruch. Ja, wir können sogar 2-Wache öffnen. Und Schengel-Chats. Da ist er, Geschütz-Wache-Krammbruch. Interessant, gucken wir uns ihn nochmal an. Quatsch, Moment. Oh, Quatsch, was mache ich denn? Oh mein Gott. Äh... Dann... Wo ist er da? Ach, das... Oh Gott, das ist eine Konstruktion. Ach, der kann oben das Geschütz rufen, okay. Einmal schon gedacht, dass so viel ein Name ist. Geschütz-Campus, hm. Okay, der Schaden, okay, er macht Geschütz. Hm. Interessant. Jutti, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch war. Bis zum nächsten Mal. Tschüüü.